So, ähm, ja, komm schneller, bereits stabil, weg, mein IC, IC Strecke dorthin, so, und jetzt können wir hier noch weiter machen, jetzt können wir das dann ein bisschen weiter machen, bis so, ja. Okay, dann die Zäune weiter, so, 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 okay, dann, hier muss ich überlegen, ja, wie könnte ich das hier so lassen? Ja, eigentlich, doch, eigentlich, da muss ich doch nicht runterfallen, das reicht hier. Fockeln wäre nicht schlecht. Und in der Mitte, ja, passt. Dann könnte man die eigentlich hier weg tun, wenn man hier überall welche machen. Dann fängt man weg. Also hier. 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 Zornbeise. So und rein theoretisch muss man hier auch in Zaun machen, damit es sich da nicht ausgeht. Dann hätten wir doch wieder nur eins frei. Oh. Aber ich weiß noch nicht was besser ausschaut. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich lasse das mal so. Dann schreibt es einfach in die Kommentare, was besser ausschaut mit... Schreibt es einfach in die Kommentare, was besser ausschaut mit diesem Zaun. Und es leckt gerade. Ich beende mal kurz die Aufnahme und schließe meinen Sali-Vegas. So, bin wieder da. Also bitte schreibt es in die Kommentare, ob es mit diesem Zaun hier besser ausschaut oder ohne. Jetzt wäre halt hier nur ein. Noch komm. Aber dann könnten wir hier auch noch Fockel drin machen. Ach gut, was ist denn los? Und hier und... Hier. Und genau genommen... Ach so, war noch hier. Schreibt es einfach in die Kommentare und ich schaue mir das mal von der Luft auf an. Und da ist schon stattlich. Schreibt es in die Kommentare, wie es besser ausschaut. Und ich muss jetzt hier mal Fockel setzen. So, einfach mal... Nicht symmetrisch, aber das ist... Ja, egal. So, wieder weg hier. Dann so, äh, so. So, weg, so. Weg, so. Ja, wie viel der Fockel immer falsch setzen kann. Dann so. 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 Weg. Weg. Boah, ich... Ich bin ein Grummotoriker, dafür bin ich nicht geeignet. So. Und irgendwie... Weg. Weg, so. Weg, so. Weg, so. Weg, so. Weg, so. Okay, passt doch. Passt doch, alles, wie geschmiert. Und was jetzt? Keine Ahnung. Hm. Jetzt haben wir hier einen Eingang geschaffen. Hier könnten wir mal wieder weiter bauen. Aber das will ich jetzt gar nicht. Denn... Wir haben hier noch so viel Platz, hier noch was zu bauen. Wir könnten den ganzen Dschimmel voll bauen, das hätte ich ja immer voll gehabt, aber... Ja, das dauert mir zu lange. Das dauert mir zu lange. Ich wäre ja da noch bei der 15. Folge beschäftigt. Wenigstens geht jetzt die Brücke... ...schonmal irgendwo hin. Ich wollte schon mal eine Mühle bauen, aber bevor ich jetzt gar keine... ...wurde diese Stücke ein bisschen zu groß geworden für eine Mühle im Haus. So. So. Wie viel weiß? Noch mal zwei. Und ich hab keine... Oh. Ähm. Ähm. Jetzt hab ich wieder eine. Oh. Hast du mich jetzt in schreckt? Du scheiße. Ähm. Okay. Dann ist hier einfach die Werkzeug drin. Schicken, du musstest leider sterben. Okay. Damit ich was zu füttern hab. Und dann... Genau. Ähm. Dann... ...brate ich das Checken mal. In einem Lagerraum könnten. Das nächste wäre ein Lagerraum. Was wir machen könnten. Aber ich weiß noch nicht wo. Entweder hier. Oder... ziemlich dichter und leichter hinter. Also hinter dem Tunnel. Ziemlich. Trank. Was wäre ich ein Material? Dann sind wir mit zwei Holzhäuser. Das letzte Teil ist ein Stein. Massive Steinlauber wahrscheinlich. Wie sieht der Kies bei dem Textball aus? So... Honeyball-mäßig, oder? Wird schon so was machen. Honeyball-mäßig. Aber die Abba... Also diese Abba-Textball ist eher mühser. Was dann? So. Dann können wir wieder reinlegen. Was der Schreiner... haben wir eigentlich genüht. So. Dann können wir wieder reinlegen. So. Ich hab das Holz aus. Ja. Das Holz könnte man auch verwenden. So. Kippen fertig. Ja. Okay. Dann bräuchte ich jetzt aber... Kisten. Und zwar am besten nicht wenig. Aber das ist ja auch einfach. Und zwar am besten. Wie sehe ich jetzt... Ich hab ja schon mal gelegt. Aber das sind wirklich relevant. Ich hab ja das Lust. Und oder was ist es einfach so ganz schnell. und dass ja das ist halt irgendwas. Michal! Weil das ist einfach mal schnell. Bauen, okay, dann würde ich sagen... Wo baue ich am besten? Ich würde es gerne wieder auf den Baum bauen. Dann eher da so hin, oder? Oder dahinter. Ich gehe doch gleich mit einer Brücke dahinter bauen und dann da das... Ja, oder?